So, hallo und willkommen zu meiner ersten Folge von ARKZ. Ich habe mich mit ein paar Spielern zusammengetan, um die Höhlen zu erforschen und die ganzen Artefakte einzusammeln, damit wir dann zusammen die Bossgegner erledigen können. Ja, das erste Artefakt haben wir uns schon geholt. Das ist jetzt hier. Das Artefakt der Herrscher des Himmels. Und wie wir das besorgt haben und wie wir uns angestellt haben, das zeige ich euch jetzt gleich. Ach, und wundert euch nicht, einige Spieler sind recht mundfaul und die wollten lieber schreiben. Ja, es reicht ja auch eigentlich zu, wenn hier nur einer quasselt. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur alten Winterhöhle. Da haben sich dann doch ein paar noch gefunden, die mitmachen wollen. Robby, Kalb, na, Mutter. Jetzt hier noch Takuya. Ja, dann haben wir noch Glucks. So, letztes auch eingedrudelt. Und los geht's. Auf dem Weg sollte er allen eigentlich bekannt sein. So, da sind wir. Oh, schon geht's los. Oh, schon geht's los. Oh, schon geht's los. So, vielleicht schon was Gutes hier. Das ist auch eine Gründung für die Gegendärme. Ok. Gehen wir weiter. Ja, wir hatten uns vorher mal... vorher mal ausmachen oder überhaupt... das Kommando führen. Sollten wir dann bei der nächsten Hülle mal machen. So... Überträgen davon. Gelder. Dann haben wir schon fast einen Verlust. Ja, man hätte können Verweise Bärm mitnehmen. So, weiter jetzt. Ja, wie gesagt, das ist halt die einfachste Hürde mit... Ich denke, das wird jetzt kein Problem, denn wir sind schon beim Abgefahren. Ja, das möchte ich ja nicht immer um meine gute Waffe anfordern. Okay. Nummer 1 haben wir jetzt gefunden. Ich lege mal den Weg zurück, das ist eher simpel. Ja, ich würde eigentlich die Woche nochmal demonstrieren. Scharfschützengewehr aber... Leider, leider keine Gegner mehr. Hier wurde schon ein Ringer ruft, alles weggemetzelt. Okay, dann zeige ich es euch beim nächsten Mal. Wurde ich sagen, ja. Gut. Ich lege mal. Gut. Ich lege mal.